Also für alle die es nicht wissen, wahrscheinlich keiner von euch, der gute Herr hier auf der linken Seite unterstützt uns heute tatkräftig, weil unser alter Rassist hat sich davon gemacht mit einer Frau, nein so ganz so war es nicht, aber es hätte sein können, wir sind dem Lars ganz dankbar, dass er heute dabei ist, der wurde quasi dazu verpflichtet das Lickner zu spielen, hat er nicht so gerne gemacht, weil eigentlich ist er Rassist und jetzt freuen wir uns die nächsten Songs mit ihm zu performen, am Bass Lars Lippeck. So, einen kleinen Applaus für den Lars. Russisch für Anfänger. 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 Und wenn du dich umbeinig wär'n willst, geht's nur Bescheid, was mein Herz verkehrt. Ja, nee, ja, warum, 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 warum. Gut im Schlaf, wo es geklang, dass jedes Son wohl überflüssig wird. Ich weiß es jetzt, man wusste es nicht, man kommt recht weit, wenn man etwas aus sich springt. Jetzt seid ihr alle gefragt, ihr macht einfach was, was der Kita. χ, oder skiing ja nie war'n τα, jää 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 jag ress på очень. Ja Banka, archive ich ihr alle dis. Und jetzt hier! Und jetzt hier!